Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu The Invisible Hours. Wir verfolgen jetzt Oliver Swann, weil sich dann wahrscheinlich Thomas Edison schon auch, ja, wie heißt das? Dann muss ich dir nicht auch noch, so wie es Victor Munday und Sarah Bannard, ja, ne? Ich habe was für Sie. Kommen Sie mit? Kann ich Sie mal sprechen? Oh ja, natürlich. Wo war denn? Da. Ja, komm, dich wollen wir. Der denkt, hier ist keiner. Ach so, doch. Ich dachte. Mr. Swann, haben Sie alle Gäste reingelassen? Ja, Sir, alle. Außer Miss White. Sie kam mit Ihnen. Und als Sie die Tür öffneten, hätte sich da jemand hereinschleichen können? Jemand, von dem wir nichts wissen? Ich, ich, ich weiß nicht, Sir. Verzeihung, Mr. Swann, aber weshalb bezahlte Tesla einen blinden Butler? Um seine Geheimnisse besser bewahren zu können. Er hat mich nicht bezahlt. Ich nehme keinen Lohn. Das Gesetz besagt, dass ich nur auf diese Weise in Amerika bleiben darf. Was Sie beschreiben, ist Sklaverei? Nein. In Sansibar war ich ein Sklave. Hier bin ich Vertragsknecht. Aber wenn man mich für Mr. Teslas Mörder hält, schickt man mich zurück. Ich kann nicht zurück. Keine Sorge, Mr. Swann. Blinde werden nicht oft des Mordes beschuldigt. Danke. Bitte. Ich muss die Gästezimmer vorbereiten. Natürlich. Natürlich. Los, lauf. Lass mich aber vorher noch durch. Guck mal hier, wie er läuft. Er haut ab. Er haut ab. Das ist nicht wahr. Der haut tatsächlich. Ja, das gibt er nicht. Oh. Nee, er will da zu diesen Dingens. Ach, wegen der Tür oder was? Jetzt wissen wir aber auf jeden Fall schon mal, was er hier draußen im Regen gemacht hat. Huchala. Ist auch noch gestolpert. Ach, die Tür ist zugefallen. Ah, die Tür ist zugefallen. Ah, die Tür ist zugefallen. Mäuschen. Dann sag mir mal, was du stattdessen gemacht hast. Er ist zugefallen. Oh. 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 Was machen Sie da? Scheiße, was? Ja Okay, dann wissen wir ja schon, was passiert ist Okay Drei und ihn wissen wir dann nicht Wir wissen nicht, was mit ihm war Man dachte, aber nee Also müssen wir Edison Ach, jetzt zeigt ich ihm das Edison, nein Es war Edison Oder? Ich will jetzt nichts übereilen Genau, er hatte ihn dann Genau, die beiden sind ja wieder zurückgegangen Sagte er, ja komm, ich zeig dir was hier Und dann hat er ihm diesen Geheimraum gezeigt Da setzen wir jetzt an Weil wir haben ja herausgefunden, dass Edison auf jeden Fall nicht bei dem Butler war die ganze Zeit Sondern ihn dann lediglich in der Küche angetroffen hat Ja Großer Gott Aufgepasst Was ist das? Eine Maschine zum Fliegen Ach, ich weiß, was passiert Er ist so stolz auf sie Er findet heraus, dass er dieses Laudanum hat Und denkt Edison denkt dann, dass er ihn vergiften wollte Und deswegen tötet er ihn Vorsicht Wir wollen nicht noch ein Opfer Die sogenannte Tesla-Spule Siehst du, ich sag's doch Ich wusste es Dabei hat er ihn ja gar nicht vergiften wollen Und tschüss Nein Oh mein Gott Ähm Warum machen sie das? Ich weiß, was sie tun Sie wollten mir das Licht zeigen Sie haben mich hierher gelockt, um es zu beenden Klar Sie waren es, der mich töten wollte Sie haben sie hergebracht, um zu sehen und sie das Schloss öffnen können Eine Tür in einem Geheimzimmer Sie waren es, der mich vergiften wollte Das ist vollkommen von Sinn Sie haben dieses Dokument verbrannt Nö, nicht gar nicht Deshalb wissen sie, was weiteren Tod heißt Sie wollten mich aus dem Weg schaffen Damit all das in den Besitz der Vendorbergs geht Aber jetzt gehört es mir Hm Ah Glaube ich ja wohl nicht Das ist so frech Seine Uhr Und er guckt dabei auch noch auf der Uhr Ja, wir haben den und den Todeszeitpunkt Ey, heftig Heftig Ich hatte aber auch eigentlich damit eher gerechnet Dass das diese weit ist Oh, schleich dich Ja, und sie ist in dem Moment von der anderen Seite reingekommen So, er kommt jetzt hier rein Hört ihn atmen Und in dem Moment geht das hier auf Und zack Ja gut, hab ich Äh Sie brauch ich nicht Ihn Brauch ich ja in dem Grunde auch nicht Weil er liegt da ja sowieso nur rum Ne Er ist ja tot Hab ich Sie muss ich noch Ihn Ja, brauch ich in dem Moment ja dann auch nicht Weil er geht ja wahrscheinlich von dem Schreien aus dann los Würde ich sagen Versuchen wir es mal Ja gut Hier war sie dann auch mit uns in den Raum Und dann haut sie ja ab Genau Sie haut hier ab Genau da ist sie zuletzt So Sie haut da ab aus dem Raum Ach, das war die Die Spule, die das alles verursacht hat Weswegen sie heulend rausgerannt ist Logisch Ah ja Und sie geht dann hier rein Und dann findet sie ihn Ah, sie wartet noch Warum wartet sie? Ja Mädel, bewegt dich Genau, jetzt müsste sie ihn gleich hier sehen Jetzt ist da Sie hätte die Tür aufmachen können Hat sie nicht Das Schreien war ihr wichtiger Wenn hier jemand ist Dann zeigen sie sich Jetzt kommen die anderen natürlich runter Klar, sehen sie da natürlich stehen Logisch, logisch, logisch Ich spüre nochmal eben vor Bis die anderen kommen Da Alles klar Jetzt habe ich nur noch ihn hier Den würde ich schon ganz gerne hier mal ansetzen Muss ich hier erstmal wieder raus Erstmal hier So, er ist weiterhin da Dann kommt der Butler raus Er redet mit dem Butler Laber, laber, laber Palaber, laber, laber Zack, 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 zack Schnell, schnell, schn***, 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 schn*** Schn*** So Hat schon jemand geschrien? Nee, geht einfach nur so spazieren Und zwar zu Teslas Leiche Äh, ich doch was richtig Ach, der Wind Hat sich alles aufgewirbelt Ja Unheimlich unheimlich Sein Name ist Christoph. Ich muss gehen. Sie tun mir weh. Hallo. Macht er nämlich die Tür zu? Genau. Und schließt ab. Deswegen kommt er hier nämlich nicht mehr rein. Super Aktion. Und er durchsucht die nochmal und findet was. Flora ist ein Amulett? Aber sie war doch gar nicht... Und dann schreit es jetzt gleich, ne? Jawohl. Okay. So. Ich hab's. Kapitel 4. Wir... Ja gut, er hat sich ja eh erledigt. Der ist tot. Wir sind bei Monday. Und alle befinden sich da. Also fangen wir da auch weiter an. Äh, wieder an, meine ich. Kapitel 4. Keine Sau ist hier. Hä? Keine Sau ist da! Bin ich doof. Aber seh ich die jetzt noch nicht. Ich seh... Hä? Bin ich dumm? Geht jetzt mal nach oben. Können wir mal einer sagen, wo ihr seid? Mein Name ist Oliver Swann. Ich bin... Ach ja. Hä? Moment. Hä? Was? Hierher bitte. Jetzt müssen wir erstmal hier zurückspulen. Ja, so. Also. Wir bleiben jetzt... Da unten liegt er. So. Wir bleiben jetzt hier. Bei ihm. Ich stelle euch jetzt genau hier hin. So. Was kommt jetzt auf mich zu? So. Die sind jetzt hier oben. Wir sind seit einer Viertelstunde hier. Durchsuchen wir das Haus. Wir haben was übersehen. Sie sollten nichts mehr trinken. Was wollten Sie im Keller? War es einer, wo Monday ist? Ich will... Sie sagten, ich solle mich umsehen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn gefunden. Damals könnte man schlussfolgern, dass Sie der Täter sind. Ach. Wirklich? Was ist ihr an? Was ist ihr an? Was ist ihr an? Was ist ihr an? Als wir an kamen, ich nie war. Männer wie ich kommen mit... Was ist das? Was ist das? Was ist es? Ich will ja den Munday haben. Ich finde den nicht. So, da ist das, da ist das. Hier ist ja auch noch jemand, aber da ist gar keiner. Das ist nur so ein leeres Ding. Okay, ich such weiter. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal oben. Ah! Super! So. Er sitzt hier. Ich weiß, du hörst mich. Ich weiß es einfach. Dies ist meine Stunde der Not. Mit dem redet der? Gib mir ein Zeichen. Zeig mir, was ich tun soll. Wenn du mir nicht helfen willst, dann streck mich nieder. Männer wie ich kommen nicht ungestraft davon. Diesmal komme ich an den Galgen. Sie werden mich hängen. Willst du das? Entschuldigt, ich musste was trinken. Hängt da was hinter? Nö. Ich soll mit ihr durchbrennen. Hä? Im Brille hat der. So ist es doch. Was geht hier unten eigentlich ab, ey, Leute? Natürlich. Ich packe ihr Zeug und bitte sie mit mir zu kommen. Ja, aber sie will dich mit Addison umbringen. Ne, sie will dich mit Addison umbringen. Sicher. So hab ich das gerade irgendwie mit angehört. So nebenbei. Ja. Danke. Danke. Das ist dein Koffer, genau. Na, den wollte ich gar nicht mehr. Ihr Ausweis. Oder ihr Reisepass. Dann heißt das, es ist auch ihr Koffer. Was ist los mit ihm? Kriegst du einen Herzinfarkt? Was ist los mit ihm? 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 Du Miststück. Oh! Er hat irgendwas in ihrem Pass. Oh, er hat irgendwas in ihrem Pass. Oh, ich kann das leider nicht sehen. Ich kann es nicht erkennen. Hallo, hier will gerade jemanden Mord begehen. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Oh Gott, nein. Oh Gott, jetzt wollen die, die ihn umbringen und er will sie umbringen. Wie geil ist das denn, bitte? Oh Gott. Ist das so? Geil. Und wer wäre das? Der Butler. Welch ein Klischee. Verstecken wir uns, bis die Polizei kommt. Ich kenne einen sicheren Ort. Aha. Kommen Sie. Wenn er das nicht gesehen hat, weiß ich auch nicht. Wo wollen Sie denn hin? Warten Sie. Wohin gehen wir? Zum Dach. Zum Dach. In diesem Aus wimmelt es von Geheimgängen. Er könnte uns jederzeit angreifen, nur nicht auf dem Dach. sehr clever. Ich will, dass Sie sicher sind. Genau so geht es mir mit Ihnen auch. Also los. Wer sticht wohl wem als erstes ab? Also ich setze total auf sie. Ich weiß nicht warum. Sie könnte ihn jetzt total von hinten erstechen, ne? Ist ja überhaupt kein Problem. Abgesperrt? Wir müssen weiter. Brechen Sie sie auf. Würde das nicht den Mörder alarmieren? Wir müssen aufs Dach. Von dort aus können wir der Polizei Zeichen geben. Oh ja. Natürlich. Schwacher Versuch. Guck mal, ich bin durch. Oh. Mein Elt. Mein Elt. Oh. Ja. Ich sperre ihn doch einfach ein. Obwohl irgendwas muss ja mit ihm sein. Sorry, dass ich gehe. Aber ich bin total wühle. Muss ja mit ihm sein, dass sie ihn unbedingt umbringen will oder muss. Vielleicht ist er so extrem. Ach guck mal, unser Regenschirm. Ja. Läuft, ne? Hier sind wir sicher. Naja. Ich wäre hier nicht gerne oben. Mit so am Gewittern ist. Warum? Mit so am Gewittern ist. Warum? Mit so am Gewittern ist. Warten wir einen Moment. Warten wir einen Moment. Sprich mit deiner Stimme. Pardon? Was meinen Sie? Oh! Scheiße! Scheiße! Akzent! Andere Haare! Mein anderes Gesicht! Aber ich weiß wer du wirklich bist! Wer? Ein Geschenk! Mein Fehler, den ich ungeschehen machen kann! Ich wusste, dass der Regenschirm noch eine Rolle spielen wird. Warte mal. Wer ist sie denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, entweder ist sie seine Tochter, was ich sehr eigenartig finde, oder sie ist seine Ex-Frau. Den würde ich nicht... Ja, ich wollte es gerade sagen, den würde ich nicht so... Klaus bricht durch! Wer ist sie denn? Oh, ich mach doch mal das Messer da raus! Ich glaube, in ihrem Ausweis stand nämlich Mary Moonday oder so. Ich muss gleich mal gucken, ob ich da irgendwie zugreifen kann. Der ist tot, definitiv! Er ist voll am Herzen vorbei! Oh mein Gott! Ich muss die ganze Zeit Schluss machen! Ende der Vorstellung! Na, kippt sie jetzt auch noch um! Okay, meine Lieben, ich muss eh Schluss machen! Ähm... Ich guck mal eben, kann ich hier irgendwo drauf? Da! Aber man kann es nicht lesen! Da steht nur, es könnte! Wenn man... Da! Ich wusste es! Ha! Mary Moonday! Entweder ist das seine Frau... ...oder seine Tochter! Aber ich glaube nicht, dass das seine Tochter ist! Das ist bestimmt seine Frau! Aber sie müsste ihn doch erkannt haben! Da könnte es höchstens noch seine Tochter sein! Children! Dark! Color of the eyes green! Name! Date of birth, thanks to children! Ha! Na gut! Ich muss Schluss machen, meine Lieben! Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal!